der quest double life disaster piece was wir gehen lieber mal hin wo wir hin sollen judy's appartement hallöchen schätzchen darf ich mal bei dir rein glaub ich zumindest ihre augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern wenn sie mir nicht so leid täte ich sie schon längst getötet ist sauer auf sie warum als du meintest ich soll ihren verhaltens chip durchsuchen hatte ich echt schon die schnauze voll von deinem scheiß judy mir blieb keine verstehe ich nicht warum verstehst du gleich ich zeig dir die wird du dich gefunden hat okay lass mal sehen warte ich muss die parameter einstellen schätze jetzt finden wir raus ob unsere puppe echt durchgeknallt ist kaum schon wie ich gebe gern als erster zu dass das nicht gut aussieht hey wie geht's dir brauchst du was ich will nicht nerven nur reden ich weiß ist gerade schlecht schlecht erst fragen weißt du wie man den biochip entfernen kann oder kennst du jemanden der es wissen könnte das ist wichtig wie nett du sein kannst hör zu evelyn ich brauche wirklich deine hilfe es ist wichtig ist im portal nicht nicht bald was unternehme dann sterbe ich du hast recht das ist totale zeitverschwendung bei julie kann man gar nichts klauen was alle haben sie diese gleichen die dateien waren stark beschädigt kaum zu editieren wenn froh dass du überhaupt was retten konntest das laden dauert ein bisschen die qualität ist mies aber ich habe mein bestes getan die qualität ist mies aber ich habe mein bestes getan ich kann ihr gesicht nicht sehen normalerweise ist so eine verschlüsselung leicht zu knacken aber nicht dieses mal wer auch immer sie ist sie hat verdammt gute netrunner skills entweder das oder jemand hilft ihr wer auch immer wo nach suchen wir jedes stück tag die sicherheitssysteme wir brauchen einen plan des ganzen raums wir holen alles was wir brauchen selbst aus bewertung das wichtigste ist dass er keinen verdacht schöpft sei so entspannt wie immer und wenn er selbst anfängt vom biochip zu reden sollte ich dann vielleicht darauf wo hast du davon gehört das hat dich nicht zu interessieren du drehst die wird du du kommst zurück das hat dich nicht zu interessieren du drehst die wird du du kommst zurück wenn er selbst anfängt vom biochip zu reden sollte ich vielleicht darauf wo hast du davon gehört das hat dich nicht zu interessieren du drehst die wird du du kommst zurück wir geben dir die eddies das ist ein einziger job der rest gibt sich nichts an verstanden also müssen wir an dieser stelle noch was finden das grenzt immerhin unsere suche ein wo nach suchen wir muss ich hier noch was finden da die kommen mir bekannt vor was ist das wie markierungen kennst du dich mit denen aus nicht gut genug um zu verstehen was sie bedeuten habe aber eine idee wer sie benutzen könnte wer denn vielleicht die wudo boys ist aber nur eine überlegung bin mir nicht sicher diese unheimlichen netrunner die wudo boys und jetzt sieht aus als würde ich den ausflug nach pasifika machen ok ich glaube wir haben alles was denkst du evalines auftraggeberin eine ahnung mit wem wir es zu tun haben kann auch nur raten sorry anscheinend hat evaline uns nie die ganze wahrheit gesagt ach was wenn ich nur gewusst hätte in was für eine scheiße sie sich geritten hat ich bin so wütend auf sie ihr job war nur eine virtu aufzunehmen verdammt beeindruckend dass sie einen kompletten überfall auf die beine gestellt und ihre auftraggeberin den biochip weggeschnappt hat dafür brauchte sie euch darum hat sie euch angeheuert sie hat sich das alles selbst eingebrockt und dir da ist noch eine aufnahme willst du sie sehen klar warum nicht ich habe ja wohl keine wahl was spricht sie für eine sprache weiß nicht haitianisches kreol es sind die budo boys warte ich nicht im moment lass mich nach einem echtzeitübersetzer suchen du kannst dabei versuchen dich auf die telefonfrequenz abzustimmen wir müssen herausfinden was sie sagen könnte wichtig sein dass sie sich sie Okay, ich trenne die Verbindung. Ich auch nicht. Ich brauche einen Moment allein, ja? Ich muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Yeah. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße wie! Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabel-Freak, okay? Sprich mit Johnny, sprich mit Judy. Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Warum? Hast du Angst, dass ich ihn Evelyn ausliefere? Nein, ich hab dir erst nicht vertraut, aber wenn du dich an Evelyn rächen wolltest, dann hättest du das bereits getan. Jawohl! Und warum guckst du denn so besorgt? Ich will nur, dass alles hinhaut für dich. Hast du einen Plan? Ich hör mich mal um. Ich werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo-Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Wir sehen uns, Judy. Gut, ähm... Ja? Ich danke dir, V. Ja. Mr. Hens! Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo-Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Hm. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, an sie ranzukommen. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo-Boys picken sich aus ihren heitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Wir haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frag ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauch aber mehr Details. Sorry. Ist besser in dir. Wow. Echt hilfreich. Danke. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir. Die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark. Haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut. Ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. So, anderen Hinweisen nachgehen, bis Mr. Hands mich anruft. Ja. Aber es wird gar nichts angezeigt, wo ich hingehen könnte. Oh, Levelaufstieg. Juhu. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Oh, yeah. Das muss man extra skillen. Das ist natürlich... Okay. Okay. Ja, das heißt, wir müssen jetzt wohl erstmal ein paar Nebenmissionen machen. Weil er ja hier nichts anzeigt, wo wir jetzt hingehen können oder sollen. Ah, da können wir ein bisschen rumballern. Verbrechensmeldung begibt sich zu Dirty Threads Lager. Ah, kleine Nebenmission. Kann man das Moped hier klauen. Kann man das Moped hier klauen. Äh. Und Leute, die sich hier den Arm halten, laufen recht viel, recht oft drüber. Hallo. Er mit dem Ding. Du musst mich nicht umbringen. Ruhig doch, Björn. So, läuft das Stream jetzt auch noch gut. Und, äh, wenn das hier so ein bisschen flutter... Oh, Claire ruft. Hey. Ich glaub, dich kenn ich nicht. Hier ist Claire. Erinnerst du dich? Fahrkeeperin im Afterlight. Oh, oh. Habe ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Der Söldner, auf den man sich verlassen kann. Ja. So einen brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort. Kann man nicht mehr. Alles klar. Ich komme hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst. Warte. Ich bin nach meiner Schicht im Afterlight. Okay. Bis dann, Claire. Warum war aber erst noch muss ich hier hin? Da oben. Toll. Wie komme ich da hoch? Was machst du denn hier meditieren? Die Stadt wird noch verkünden Leichen schenken. So, was willst du denn? Ja, no word. So, wir sollen irgendwie da oben hin. Immer schön. Porno überall. Wenn wir noch so ein Auto draufklicken. Komm ich denn da hoch, verdammt? Kleiner Umweg vielleicht, Caden. Heute ist dein Glückstag. Zumindest mit dem Passivikassler-Profürst. Und ich habe keines hingeben. Hast du das für mich? Na ja, wie gesagt. Muss los. Wir haben keine Fresse annehmen. Muss los. Ciao. Bruder, muss los. Wo brenne ich denn schon wieder? Wo muss der Polente helfen? Ach, wie wär's mit euch zwei Extralöcher? Wir sprachen gerade von... Na ja, wie gesagt. Wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Wir reden später. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Hallo, Mr. Polizist. Ja, wir müssen da irgendwie hoch. Schaut dir jemand zu, hat eventuell eine Idee, wie wir da oben hinkommen? Also, fahrt fort. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Okay. Mit wem rede ich und wie? Irgendwie von da wahrscheinlich. Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Ah. Wie hieß nochmal dieses Parcours-Spiel? Wo man auch über so ganz viele Häuser und Dächer klettern musste. Ich komme jetzt nicht auf den Nahen. Da gab es auch ein oder zwei Teile von. Ne, zwei gab es, glaube ich. Jetzt haben wir drei Hauptmissionen. Oh Gott, oh Gott. Besuche klärt tagsüber in der Werkstatt. Oh, ich muss rauchen. Ich meinte niesen. Entschuldigung. Mein Autowagen ist auch noch da. Kapelleneingang. Wolle, da renne doch. Jetzt rennt der wieder nicht. Das ist so eine Scheiße, sage ich dir. Er rennt nicht. Jetzt mal am Ernst, Leute. Das ist so nervig. Dass er manchmal... Ich renne. Nö, ich bleibe jetzt einfach stand. Er rennt nicht. Du kannst klicken, wie du willst. Ah, jetzt renne ich wieder. Oh. Jetzt kann ich wieder rennen. Toll. Das war cool. Okay, das war cool. Jetzt muss die Story so richtig schön abgeht und es richtig Bock macht. Diese Kleinigkeiten sind so... Einer ist noch da. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, hab ich schon gesehen. Da konnte ich mich nicht seitlich bewegen. Also hier mit dem rechten Stick so drehen und strafen und die Maus war auch tot. Maus ging auch nicht. Es ging beides nicht mehr. Da hat es gerade wieder so abgegangen. Ich hab richtig Bock gemacht. Spannend und alles. Oh ne, jetzt kann ich nicht mehr. So. Was auch nur übernervig ist, das können wir hoffentlich auch mal mit einem der nächsten Updates machen. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Jetzt hab ich wieder tausend Sachen hier eingesammelt. Komischen. Stiefel hier. Nein. Manchmal zeigt das die nicht richtig an, was wir ja eben hatten. so eine neue Jacke. Alles gleich. Wir machen die kaputt. Stehkragenblazer. Ne, so eine Maske ziehe ich eh nicht an. Aber die hat zwei Mod Slots. Jetzt zeigt er mir nicht mal mehr an, ne? Sonst, wenn ich jetzt hier drüber gehe... Oh ne, guck mal, jetzt zeigt er gar nichts mehr an. Jetzt zeigt er mir an. Ja, das ist ausgerüstet. Das ist das andere Teil, ne? Dass man die miteinander vergleichen kann. Hier zeigt er nichts an. Bei der Hose. Und bei den Schuhen. Achso, weil ich keine anderen Hosen und Schuhe zum Vergleich habe. Okay. Und jetzt hab ich wieder zwei Hosen ausgerüstet. Guck dir das an. Ich hab angeblich beide Hosen an. Beide sind ausgerüstet. Natürlich, gar kein Problem. Ich trage zwei Hosen auf einmal. Oh, diese komische Keule. Hat einen Mod Slot. Das Messer hat zwei. Hat jetzt schon 400. Guck dir eine Tonne. Und jetzt muss ich wieder tausend Sachen zerstören. Ne? Anstatt dass man jetzt hier irgendwie... Ja, das ist auf jeden Fall ein Bug, dass er dir das nicht richtig anzeigt. Oder wenn ich hier zum Beispiel bei meinem Junk bin, wo ich eine ganze Menge von habe, haben wir irgendwas, wo wir mehrere Sachen von haben. So. Wenn du eins zerlegen willst, ist das kein Problem. Jetzt haben wir hier von den Messern, haben wir drei. Ja? Wenn ich zerlegen, dann will er sie verkaufen. Ich mein, das ist nur so ein kleiner Wortfehler, ja. Aber warum kann man jetzt nicht anklicken? Ja, das kann man skillen, was ich als Verschwendung finde. Es gibt ein Skill im Skilltree, wo man automatisch den Junk zerlegen kann. Ne? Aber warum kann man das nicht schon automatisch? Jetzt musst du jedes einzelne Teil anklicken. Wenn es mehrere sind, musst du auch noch da... Also es gibt Stellen oder Sachen, die sind richtig geil in diesem Spiel. Aber das hier ist halt super nervig. So, zerlegen, zerlegen, alle vier. Zerlegen, Chlorale zerlegen, Platten zerlegen. So. Verbrauchsgüter, hier hause die rein. Zack, hier schön Burrito, Cola, Schnaps, Knall ja alles rein. Dass man halt nicht sagen kann, hier, ich markiere jetzt hier die fünf Sachen und die will ich jetzt gerne alle auf einmal zerlegt haben. Nein, das geht nicht. Oh, hier noch ein bisschen Wasser und Tacos und hau hier die Kacke rein. Ja, schön, als wäre es leer gefressen. Jetzt kann man wieder fünf Millionen Kanonen zerlegen. So, hier fehlt jetzt das Bild. Diese doppelläufige Shotgun werde ich gleich mal kurz einmal ausprobieren. So, dann verdeckst du jetzt hier wieder dein Waffengedings. So, wir speichern einmal kurz, damit ich hier rumballern kann, um zu gucken, wie die Waffe schießt. Okay, hat keiner alarmiert, also kann man es auch behalten, so lassen. Aber wir sind ein bisschen betrunken gerade, ne? Wir haben ein bisschen viel Schnaps und sowas gerade gesoffen. So, ich möchte wieder hier meine Pistole haben. Oder wenn ich das jetzt ablegen will, diesen Mod, ich will den raus haben. Kannst du nicht sagen, nö, ablegen, du kannst nur austauschen. Ach, und du kannst sie gar nicht raus sind, dann wird der Mod zerstört. Natürlich, gar kein Problem. So, wir können erstmal hier in die Hose was reinstecken. Ach, da ist schon was drin. Die Panzerung, Bewegungstempo, das ist cool. Die Panzerung um 7, die Panzerung um 40. Ausweichen. Bewegungstempo nochmal, etwa 26% Bewegungstempo. Okay. Ja, aber modbare Kleidung ist auf jeden Fall schon mal nice. Haben wir noch was, wo was gemoddet werden kann? Nein, haben wir nicht. Und die Super Schuhe hier. Nehmen wir mal das Moped. Auf Konsole und Spiel war ja, kommt drauf an. Was für eine, ne? PS4 und One ist halt, äh, absolute Frechheit, diese Version. Sieht ja aus wie Hooper, wie, wie, wie Durchfall. Schon wieder. Der. 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 Ja, das Fahrverhalten? Ja, auf PS4 kannst du vergessen. Der One-Assist ist ja genau so ein Schrott. Obwohl das so ein super Spiel ist, eigentlich. Aber diese ganzen Kleinigkeiten machen dann so viel. Ich bringe da so viel Trübsal rein, gleich jetzt mal. Oh, da ist ein Klamottenladen. Guck mal, ob man da modbare Klamotten kaufen kann. Darf ich jetzt in diesem Moped fährt? Yay! Jaja. Wollte schon immer mal wissen, wie es sich anfängt. Dann bist du am richtigen... So, hier ist ein modbarer Helm. Modbare Schuhe. Aber keine weiteren Klamotten. Doch das hier. Das Top kaufen wir. Den Helm können wir mal kaufen. Das, wenn wir mal irgendwie in Action-Szenen reingehen, dann... Ähm... Kann man so einen geilen Helm aufsetzen. Und die Mod-Schuhe kaufen wir auch noch. Plus sieben Trage-Kapazität. Ich bitte dich. Ach so, das geht hier rüber, ne? Der Helm, Alter. So, erhöht Ausweichen. Bewegungstempo. Panzerung. Ja, wenn wir den Helm aufsetzen, dann wird Panzerung. Und die Schuhe, in die Schuhe machen wir ein Speed-Mod rein. Aber wir setzen wieder hier den Hut auf. So, Schuhe nehmen wir diese Schuhe. Und da kommt Bewegungsgeschwindigkeit rein. Zack. Äh? Gala Boy! So, dann haben wir noch ein neues krasses Oberteil. Ausweichen 0,3. Bonusschaden gegen Gegner mit hoher Bedrohungsstufe. Bonusschaden gegen Gegner mit mittlerer Bedrohungsstufe. Und dann graden wir das Ganze nochmal ein bisschen ab. So, die Hose kriegt ein Upgrade. Ah, mein Level ist zu niedrig. So, das Oberteil, Level ist zu niedrig. Die Schuhe, Level ist zu niedrig. Wo ist der Helm? Da oben. Ah, den Helm können wir upgraden. Äh, bringt aber jetzt nicht so viel. Okay. Ah, aber die geilen modifizierten Klamotten. Und auch wieder. Kampf nicht so lang nicht. Auf aufs Moped. 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 Für Baka Co. Ja, die Bugs machen das Spiel kaputt. Das ist richtig. Also wie gesagt an den Last Gen. Oh, es geht das wieder los. Jetzt kriegt sie wieder 1000 Nachrichten. Und alle wollen sie dir was verkaufen. Äh, und eine Mission andrehen. Äh, ja, auf Last Gen. Konsole ist das Spiel, würde ich auch sagen, unspielbar. Aber am PC und PS5, Xbox Series X geht es. Aber halt diese kleinen, technischen, vielen kleinen. Also wenn es ein, zwei wären, wäre es okay. Aber es sind halt sehr viele. Und die machen das im, ne, hab ich eben schon mal gesagt. Und die bimsen das Spiel dann doch hart. Gestern hatte ich eine Szene, da hatte ich an so einer Autobahnabfahrt. Da waren rechts und links ganz viele hohe Palmen. Und wenn ich weggefahren bin, sind alle Palmen nach unten in die Straße reingeklappt. In den Fußboden rein. Wenn ich wieder hingefahren bin, haben sich die Bäume alle wieder aufgestellt. Da wollte ich eigentlich auch erst ein kleines Video von machen. Ne, das sah auch aus. So, meine Herren. Und dann den Steuerungsausfall, den ich hatte. Ich habe das Spiel, die Spieldaten bei Steam überprüft. Ich habe das Spiel neu gestartet, den PC neu gestartet. Ich hatte nix ergolfen. Dann hat mir Bolzen den Tipp gegeben. Lade doch mal einen alten Safe Point. Oder einen älteren als den aktuellen. Und dann ging es wieder. So, hier ist wieder Action. Diese Pistole ist echt mega geil. Aber an sich ist es so ein super Spiel. Einige oder eine Test-Dingsbums haben das Spiel ja auch schon abgewertet. Wegen dieser ganzen Bug-Gedöns. Wir sorgen auch an. Was soll das werden, Shumba? Was denn? Ich habe euch geholfen. Na ja, und die Fahrphysik ist natürlich auch völliger Fuck. Ich wollte eigentlich jetzt ein paar Tage nicht spielen. Aber irgendwie ist es halt doch geil genug, dass man es trotzdem weiterspielt. Also ich meine ja, an der PS4 wahrscheinlich nicht. Aber wir haben gerade so eine komische Polizeiweste bekommen. Äh, wo? Wir haben gerade eine Polizeiweste bekommen. Mit dieser Eis-Gedöns-Geschichte stand doch da was dran. Ja, dann ist es halt weg. Kein Problem. Okay. Power-MP. Oder dass man jetzt halt nicht sagen kann, ich möchte diese Figur mit dieser Waffe da vergleichen. Dass man jetzt so anklickt, klack klack, so wie bei Borderlands im Menü. Du, da kannst du auch eine markieren und dann hier mit allen anderen so vergleichen. Nein, geht nicht. Geht nicht. Kann man nicht. Äh... Ja, hier diese komische MP. Ah, jetzt zwei Slots. Schockschaden. Und jetzt zeigt er mir beide als ausgerüstet an, obwohl nur eine davon drin. Ach ne, sind doch beide drin. Okay, da habe ich nichts gesagt. Oder dass man so Waffen als Favorit markieren könnte oder so. Das wäre auch geil. Oh, den Hammer kann man sogar noch was einbauen. Aber da haben wir keinen Mod für. Schalldämpfer. Und wie hieß denn jetzt nochmal dieses Spiel, wo man so parcoursmäßig durch die Gegend geklettert und gesprungen ist? So über Hochhäuser und tralala. War auch super erfolgreich. Gab zwei Teile davon. Komm grad nicht auf den Namen. Ach, sollen wir warten. Komm nicht auf den Namen. Schöner Treffpunkt. Steh nicht so oft wie jetzt. Ich hab keine Angst, der Trage. Das ist nicht das Problem. Ich hab keine Beerdigung. Ach, wie ist das jetzt so? Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Mal. 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 chainça. Mal. Ja. So, ich hab mir ein Moped hingestellt. Ach, die 80 Meter gewinnt zu Fuß. Dein Radius, scheiße. Hier ist wieder einer, der Musik macht, ne? Da kommt bestimmt Johnny gleich wieder raus. Ah, da vorne. Da sagt er bestimmt wieder, oh, bleib mal einen Moment stehen. Das spielt immer das Gleiche wieder an. Ist das wirklich wert? Ich suche Placide. Placide. Ja, Placide. Bleib hier. Das ist es, wir gehen. Placide, bleib hier. O, ja. Oh, ja. Oh, ja. Bist du Placid? Wo ist deine Chefin? Es tütet hier Fleisch ein. Machste gut. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. Sechs Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Nicht hier. Komm in. Ja gut. Wo gehen wir hin? Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Schacht. Hier, Lass. Sepp. Tunen aufs Wille. Du sepp. Pasifika. All das und mehr. Wir kommen, Pasifika. Ja. Geht's so Pasifika gut? Nicht wirklich. Ihr wollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. So was hier ist ja noch okay, ne? Wenn er hier mal so ein bisschen ein paar Texturen klippen oder so. So ein bisschen was flackert. Aber damit könnte man ja leben. Unser Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial Mop. Pasifika's größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenäßt. Bis jetzt an. Biszeit! Bis zum nächsten Mal. Nein, Placid. Wenn du re spoilerstarkest? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, warte mal, hier die Hintergrundmusik, das ist mir ein bisschen zu lauut. Das ist ein Springer. Frisches Huhn. Das ist nicht mehr wahr. Was hast du heute im Angebot? Das schreibe ich dir, Schätzchen. Komponenten, junger Bewegungszirne, epische. Wie viel hat sie? 20. So, legendäre Quicker Komponenten, weil die sind teuer. Nehmen wir nur 5. Seltene, die sind nicht so teuer. Ungewöhnlich. Ne, 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 ne. Und wieder Pleite. Ich kann jetzt nicht bimsen. Keine Zeit. Oh, da gibt's die Medizin. Ich könnte jetzt nicht mal meine Nutte bezahlen. Nein. Nein, doch. Ja, immer. Ständig. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich mein, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Hm. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Jitten nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30. Oder mehr. Bin ihnen nah. Wir reden hier. Setz mich. Kein Problem, ja, euch. Alle zum Reih. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job. Du machst, was ich sage. Verleg dich. Sofort. Und wenn nicht, wartet draußen eine Horde Freiwilliger. Wie? Zielgerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Na gut. Schon gut gehen. Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das teilt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krumm Schamane. Ist es Victor? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chi. Keine Signatur. Was ist das? Ist egal. Er ist eh kaputt. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Willst du gar nicht meinen Lebenslauf sehen? Wissen, was ich alles kann? Wir sind kein Konzern. Wir stellen niemanden ein. Du erledigst nur eine Sache für uns. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Camionet. 20, 35, 07. Drei Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche herauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialeinfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey. Ich will nur alle Fakten haben. Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer? Ja. Ja. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner Tech. Und ich soll herausfinden, wer. Hm. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Ich hab nur die Situation. Jetzt bist du im Rezo Agwe gezinkt. Warum? Wozu? Durch Agwe. Sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch DJ führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper-Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will ihr? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha. Du überwachst mich. Okay. Muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hol ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash. Sondern um ein Problem. Mach die Jim und Brigitte löst dein Problem. Ja. Aber ich hab gerade erfahren, dass ich als Lebendige... Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nix. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte. Richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh. Meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du? Falle nah. Sprich, ich sollte aufpassen. Wer klug. Ja, ja. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. In front of Dambling, okay? Mhm. Scheint's? Ratatatatata! Ja, ja. Ratatatatatata! Das war's! So, können wir eigentlich mal wieder was upgraden hier von unseren Zipper Karam? Die Pistole ist ja der Burner. Die Keule. Die MP, das wird erstmal... Ah, die macht nur so ein bisschen. Hä? Wieso habe ich die denn dann ausgewählt? Ich mache doch viel weniger Schaden. Hose geht nicht. Helm geht. Das kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Dann kriege ich dieses Gerätchen noch ab. Ja, obwohl, dann haben wir ja noch 20 von den seltenen. So wie das. Da guckt ihr mal, wie ich da gehen soll. Wie da der Wegfindungspunkt auf der Minimap angezeigt wird. Auch so eine Kleinigkeit da war, wie gesagt, in der Masse. Aber man, es spielt es trotzdem, weil es irgendwie trotzdem geil ist. Ich will mit Placid's Leuten treffen. Wollen wir eine Runde sliden. Wie das ist das? Da ist es für ein schlechtes Schaden. Wie steht denn da? Du wirst. Ich sch致' mich hier noch. 100 Meter, diese Richtung, die ich zeige. Das sind meine Leute. Rät mit ihnen. Du bist wie? Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Bisschen Hintergrundmusik wäre schon ganz nett eigentlich, ne? Gibt es nicht! Und die Kollegen kriegen es nicht mit. Wie, hier kann man den nicht reinschmeißen? Oh yeah. Der sieht aber ganz schön fett aus. Was ist los, Mann? Ja, warte, wir laden das nochmal. Äh, 1441, okay. Das sind meine Leute. Bitte, rett mit ihnen. Du bist wie? Ihr kennt den Weg. Was denn? Nun? Ähm... So, einmal speichern, bitte. Ich wollte doch nicht, dass der mich sieht. Ich bin wahrscheinlich doch ein bisschen zu krass hingesprintet. Und nochmal. Und nochmal. Atme, mit ihr? F***d ich an... Ich bin ich aber total... Ach, hier kann man den wegsmals. Wie antwort sagen. Nein, kein E9. Verdammt mich. Das ist egal, was man dann nimmt. Den dicken Krieg wahrscheinlich nicht überwältigt. Ich habe ein Tütchen liegen lassen. Der kleine Wämmersaal. Der kleine Wämmersaal ist nicht überwältigt. Man kann die Hände einfach lang gehen. Nimm einfach mal das Gemälde mit, wo der Riesenklotz hier drauf stand. Bist du da ewig, oder? Der hat sogar weitergepisst, als wir ihn getragen haben. Ja, du fette Hure. Ja, ab ins Gebüsch. Das war gut, oder? Der pisst schön weiter, während wir ihn da durch die Gegend ziehen. Das ist jetzt dritt. 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 Okay, bin drin. Seh ich. Okay. Oh, das ist der Aufgang, wo es zu den drei Boys geht. Ach, und wenn man dann einen den Unterseit hat, dann löst er automatisch die anderen mit auf. So, dann raffe ich es. Oh, jetzt kommt mal was dazu hier. Ja, das muss man nochmal machen. Das wird immer schwer, wenn ich gerade komme. Da kommen jetzt neue Zahlen und Buchstabenfolgen dazu. So, technische Fähigkeit benutzen. Oh, allo. Ein paar dicke Kloppis hier unterwegs. Ich sammle die Dinger ein, hab die meisten aber nie gelesen. Neun Anzug. Oh. Oh. Vielen Dank. Kann man da nicht irgendwie was nehmen? Das habe ich nämlich jetzt auch endlich mal geschnallt mit diesen ganzen Fresszahlen, die man so hat. Dass man sich vorübergehend irgendwie Intelligenz boostet oder sonst irgendwas. So, was gibt es hier? Ausdruckeregeneration. Ja, jetzt habe ich einfach vorhin alles verkauft bzw. einfach so lose weggefressen. Aber wir haben hier ein neues Kleidungsset, habe ich gesehen. Ah, hier. Verstärkter Lightning Rider Rennanzug. Nee. Sieht schon ein bisschen schwul aus. Bleiben bei einem super Mantel. Weiter, wir kriegen den Fetti da weg. Wir haben Fetti ins Klo gelegt. Ansonsten. Das ist ein bisschen schwindel & schwindel Es kann aber nicht movies aus. Mache, wenn du das tun mit dem nicht passiert, bin ich denke. So, den Damen sparen. Überher sitzen sie rum, verdammt. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Für Dex 3 ist von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Ja, Kino ist gesichert. Haupteingang. Oh Gott! Ja, ich bin mir sicher. Hast die perfekte Gun selbst aufgebaut. Ich bin nicht heilig mit der Scheiße. Hast du mich aufs Wuschbefehl oder machst du Spaß? Ja, ja, schon. Sehe ich sie an. Spannung! 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 Warum sterben wir jetzt? Ich hab mich selbst Elektroshock nee, dann. So in Gang. Ja, ich bin mir sicher, hab die perfekte Ganze jetzt aufgebaut. Hast du mich aufs Wursch befehlen oder mach mir das mal? Komm raus, dann geb ich dir den Blei-Raum-Watten! Überall Kohle rum! Und Cracker! Nimm doch auch da! Kaktussaft, komm, gib! Tequila! Das ist auch so... Da! Guck hier! Nimmts nicht! Hallo! Ach, jetzt geht's! Hier! Ich bin geduckt und... Nö, das gibt's einfach mal ab und zu auch so Sachen, die kannst du nicht aufheben. So, wir gehen mal da hoch. Ich würde mir ja auch ein paar Filme reinziehen, aber der sitzt ja die ganze Zeit da rum. So, wir müssen das ganze Kilo für sich haben. Das sind alte Filme. Die funktionieren nicht so wie viel. Das sind drei! Verdammt! Das sind drei! Verdammt! Das sind drei! Verdammt! Das ist eine Funktion! Mach keinen Lärm! Na, streng dich mehr an! Gib alles! Schwarz steht! Na gut, dann nehmen wir halt eine Kanone! Ja! Okay! Wir haben keine Valleび. Der wabe! Dann geht's! ich kann ohne ist so krass ja wir wollten eigentlich stets mal wieder so ein bisschen wieder von da unten so ich gehe mal ganz kurz auf klo als wir packen den 1 noch mal in die kiste du bist jetzt tot junge du musst umfallen ich vergesse da auch immer zu speichern wir hätten schon naja egal hier wird auch gewünscht die lassen sich ruhig also richtig aufheben diese platte hier die kannst du nicht mitnehmen die ist verboten die darf keiner das ist ein erkundungsjob jetzt verschwunden der verschwindet dann einfach ich bin weg ein flyer Ach, der ist oben, Mann. Komm raus und stell dich, puto! Scheiße! Kleiner, dich reiß ich in zwei Hülfen und mach ein Kind aus dir. Komm schon, du und ich! Eins gegen eins! Kleiner, dich reiß ich in zwei Hülfen und mach ein Kind aus dir. Heißt es, hartes Geschenk für dich? Packen, hallo! Na komm! Ich fick' dich! Jo, wir sind der Scheiße! Dann halt eben, harte Tour, wenn's nicht anders geht, dann was sind das denn für Typen, ey! Ich fisch! Ha 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 ha! Ich fisch sie dir! Ich fisch sie dir! Geht! Also, losen. Bereit oder nicht? Jetzt komm in! Die Leute, wer steckt dich vor Ihnen? macht aber so viel mehr spaß ein bisschen action machen letzten zwei missionen bin ich überall selbst durchgekommen hier scheinbar nicht schon noch tolle sachen zum klug das war kleiner zwischenkost zum kleinen großen hammer lauf Nein, 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 nein. hat ja gar keinen schaden nein die hat mich gehackt, die alte Huwe nein nein Wolle auf, wolle So, was haben wir jetzt bekommen? Oh, eine 3-Slot-Hose, aber leider nur halb so viel Panzer, oh, 4-Slot, nice. Das ist cool, 4 Slots, gucken, was man da so reinstecken kann. Ich habe gerade nichts. Oh, jetzt haben wir mal keine Pistole in der Hand, guck an. Oh, jetzt sind wir wieder. 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 Oh, jetzt sind wir sowieso alle kalt machen müssen. Die Karre. Nicht unbemerkt hier rausbekommen. Aber erstmal knallen wir noch alle ab. Jetzt rennt er wieder nicht. Wieso sind wir alle mit einem Bein hoch liegen bleiben? Also oft auf jeden Fall. Ist nicht der erste. Ah, bin ich nicht schlau genug. So. Und dann gehen wir nochmal oben alles abreißen und dann... Ja, muss sein. So, jetzt kann ich wieder nicht rennen, jetzt rennt er wieder. Ach, da hinten ist noch einer. Oder auch nicht. Oh. Verlinken. wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datelflugarte von Pacifica. Sie wollen Ague. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Okay. Was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Garte. Er ist im Kino. Schritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Nein. Was ist? Lasid? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mache auf. Okay. Jetzt zum ersten Stock. Dem Kino. Der war doch schon kalt gemacht, oder? Ja, ja. Der ist schon tot. Deine Verte hoeren. Die hoeren. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu Ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Placid? Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Bin nicht hergekommen, um zu reden. Du hattest den Inspector, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Du willst mich rauskaufen? Nein. Sie ist einfach als Gegenangebot. Setz dein Leben nicht für die Voodoo's aufs Spiel. Sie sind nicht gerade für ihre Integrität bekannt. Sind schon wie lange in Night City? 50 Jahre. Aber der kann mir helfen. Mit Brigitte. Sie misstrauen Außenseitern. Enorm. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Marmont Briechen. Hup. Wie? Wie Quarton? Alles unter Kontrolle. Brenne, du Hurensohn! Habe ich ihn aus Versehen erschossen? Ja, verlinke mich jetzt mit unserem Freund. Ah-ha. Ah-ha. Hey, wie? Alles okay? Sekunde... Du wärst fast verreckt wie der. Ah. Too much information. Oh. Was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoo's haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Vielleicht war das auch net, Watch. Und die Voodoo's wissen nicht, dass ich überlebt habe. Und Placid wischt sich die Tränen weg, sobald du lebend bei ihm auftauchst. Komm, lass uns zum Bettys und den Scheiß endlich klären. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Ah-ha. Frechheit. Kein Lesen. Ah, Relic-Angebot. An Evelyn Parker. Ja, Evelyn wollte uns verscheißern und den Chip verkaufen. Die alte Kuh. Was haben wir da noch? NCPD Titan Okusa. Ach, das ist diese Brille, die vorhin nicht angezeigt wurde. Von der Police. Wenn ich das schon wieder sehe, so viele Waffen, ey. Revolver, 154. Revolver, 154. 155, 165. So, die Schottkarn ist aber leider nur so eine... Das Ding würde ich gerne markieren. Ach, ne, die bringen wir nach Hause ins Ding, dass sie nicht aus Versehen mal verkauft wird. Hammer. Kann man jetzt aber auch nicht angezeigt kriegen, wo man das dann draufstecken kann. Das ist dann auch doof. Alter, ne, ich mach jetzt mal die... Das ist mir so nervig. Das Spiel zwingt einen quasi dazu. Wo war das hier mit Vernichtung, Straßenschlägerei, nein, Intelligenz, Quickhacks, nein, technische Fähigkeit. So, Junk Eats wird automatisch zerlegt. Dreckscheiße. Dreckscheiße. Vielen Dank. So. Ach, jetzt gibt es keinen Junk mehr. Das wird automatisch beim Aufheben zerlegt. Toll. Da braucht man noch eine legendäre Gedöns-Scheiße. So, jetzt können wir die Klamotten hier upgraden. Und die Schuhe. Und meine super Hose. Aber die ist schon recht hoch. So, die Brille. So, dann können wir jetzt diesen anderen Hut aussetzen. Den zerlegen. Ja, mit schon ein geiler Bock. Wir haben 30.000 Kohle. Da können wir jetzt mal wieder ein bisschen zum Chromaten-Typen gehen. Zu Vic mal ein paar neue Hex-Besor. Hier neue Dingsbums-Gedöns. So, Waffe. Overtüre. 50. Sicherlich. So, haben wir uns die Voodoo-Boys also komplett verarscht. Das wird interessant. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss. Aus. Aus. Ende. Ich spiele ja auch schon wieder fast zwei Stunden. So, meine Schrittgeräusche sind weg. Ja, ich lebe noch. Hallo. Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich kenne dich zu ihm. Ja, kannst du mir mal einblasen. Ich finde ihn. Klar. Okay. Ja. Ja, ich mache keine Geräusche mehr beim Gehen. Also, da fällt man die Steuerung aus, mal die Töne aus. Das ist nicht so schlimm. So, aber wir saveen jetzt erstmal wieder schön. Ich mache jetzt hier erstmal Shellus. Und dann mache ich hier nachher an dieser Stelle weiter. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen was hier im Haushalt erledigen, meine Damen und Herren. Jetzt ist der Controller hier im scheiß Spiralkabel verdreht. What the fuck? Geh da raus. So, ja. Ich enthältere ihn. So, sehr, sehr gut. Also, ja. Cyberpunk an sich super Spiel. Aber diese kleinen technischen Dinger machen es halt ein. Da denkt man sich, Alter, was ist hier los? Naja. Aber es wird. Es macht Spaß trotzdem. Oh, und die Dinger sind jetzt hier nur noch auf... Ja, die sind noch auch sehr hoch. Aber die sind schon runtergegangen auf Mittel. Aber immer noch ein paar sehr schwere Sachen, die ich noch nicht machen kann. Nun gut. Aber wir machen weiter mit I Walk the Line. Und das dann aber eben nachher. Und dann mit mit 30.000 werde ich erstmal ein paar neue Cyberware, ein paar neue Bots kaufen. Bleibt dran, meine lieben Freunde. Wir sehen uns auf YouTube oder auf Twitch. Bisенного. Schl Puerto Rucks. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.